Hallo Leute, ich bin Stefan. Heute sind wir bei Bad Tainach. Hier könnt ihr so eine Wassermülle sehen, wie es sich hier dreht. Einfach viel Wasser. Hier ist ein kleiner Teich, von dem Wasser kommt. Also bei Bad Tainach. Hier wird Tainach gemacht. Und jetzt gehen wir zur Mini Bad Tainach mit Wasser. Hier kann man Rücksäcke aufhängen. Hier ist das Wasser. Es ist schon kalt. Oh mein Gott. Oh, es ist ja kalt, Bruder. Okay. Man muss so eine Minute, man kann nur eine Minute in dem Wasser stehen, weil so über eine Minute ist nicht gut, in dem Wasser zu stehen. Hier aber haben wir so wie einen kleinen, keine Ahnung. So Mini ist der. So. Das ist ja kalt. Aber ist geil. Hier noch ein paar Regler, können sie lesen, wenn sie wollen. So. Und. Fertig. Okay, das war's. Tschüss Leute.